so hallo und willkommen hier in my time at sun talk so ja ich bin heute ein bisschen der sound deshalb muss ich das ganze so ein bisschen nach vertonen deshalb wenn man das heute mal so machen sonst die ganze folge weg machen wir ein bisschen doof so hier sieht wieder aus ja wunderbar wie eine zitrone was auch ein bisschen zum sommer 35 grad und so hat man schon richtig lust auf eine limonade wunderbar kommen hier aus dem chef warum nicht so springen wir weiter hier sie noch so heute wieder schönes machen können hier dann auf senden wo hin deswegs man weiß es nicht okay wenn die rentier auch schon warum rennen die alles hoch ich habe keine angst habe ich nicht okay hier los brennt warum rennen die alle gibt es hier irgendwo was ist sommer schluss darauf und rennen die alle jetzt in die richtung ist also aufgerichtet hier los sag mal okay wenn sie wieder rein okay ja so ist das hier manchmal kommen gerade aus dem neuen deliktiv colon film im japanischen original gehört das ist ja auch so ein bisschen so nach 30 jahren kriegen sie sich ja doch wieder nicht konnen und ran und ich und hasse ja die kriegen sich nie und so ein bisschen ist es auch die laufen auch immer dann noch vorbei hier läuft auch als sie an uns immer vorbei was das was an den handwerkerin die mit farbe bestrichen werden keine ahnung was seit wann machen die hier sowas malt me an ach du herrgott ist das jetzt erzähle sich jetzt aber was alexa witze genau das treffen die sich hier und erzählen sich mit so dass er ganz neu habe ich jetzt überhaupt verpasst bisher das ist der sonntag 14 uhr ich bin nicht so schön wie die zwei haus unternehmen als freundin und sieht man eigentlich viel zu selten aber aber solche witze okay das sind ding machst du dir inventur oder schreibst du morgen der bürgermeister porsche war hier er wollte seine jagdbärmilch vor ohne zusätze der typ hat sich meinen respekt verdient ja also porsche und ich sage mal neun teile zusätze ein teil milch sie ist aber ein katz so komische witze erzählen dieser was ich mit haus aber ja irgendwie schon wieder vergessen glaube ich mach es machst du denn hier wieder hat schon wieder am futtern okay jeweils meine klassenkameraden muss nach ihrem abschluss die geschäft ihre eltern übernehmen ich hingegen bin hier draußen verfolge meine träume entschuldige aber das tut mir nicht leid ja das ist ein traum war die stundenlang hier essen mit handschuhen in den mund zu schaufeln warum nicht kann man machen und das komische traum aber gut hier kann wieder machen was sie will ist ja warum nicht warum ich sag mal ja auch wenn es einen ganz namen kürnischen film lernt man das ja auch immer ganz alles sein was du dir träumst und das leben nimmt darauf meist keine rücksicht ihm ist es scheißegal so gibt es hier mal wieder weiter so kuju da ist mir an hey du brauchst ich war auch hier wie läuft denn das mit ihr leute los ich habe gehört dass ein baumeister porsche seine tendenz durch die herstellung der achse und spitzhacke halten achten porsche die wissen noch nicht mehr den unterschiedlichen achse und spitzhacke vergiss nicht einfach das ist auch keine richtigen handwerker so was hier ja das ist hier wenigstens du bist normal eine art pinguin auf beide latschen das ist ein trock das ist hier vollkommen in ordnung fragt kein mensch danach so ach hier müssen sich das ding noch fertig machen ok was fehlt hier noch gusseisenrohre bronze klingen ok die sind die platten aber ja nicht okay dann das ist in der mache was fehlt noch gusseisenrohre bronze klingen ach die mache ich doch hier oder jawoll und ja sogar bronze zufälligerweise sehr schön aber immerhin so ein zack haben wir das auch so dann das sind propeller da oben hast du dafür war das die bronze klinge wahrscheinlich so winterntrieb winterntrieb ja hier könnte man eigentlich auch super solatentrieb machen ich meine hier in sandrock solarzellen mit dem ein berg hier bis zu den bis zu nehmen da hinten einfach mal rüber ziehen aber auch kein problem mehr wenn es regnet und fett den solarstrom hier auf die idee ist noch keiner gekommen wie findest du das bescheuert ok wer läuft immer wieder maske rum sag mir nix von bescheuert ok so kann man weitermachen müssen wir erst mal segeltuch da habe ich 30 gemacht wir können sie nicht annehmen ok wo willst du eigentlich hin batman mit dem tempo kommst du nie irgendwann ich hätte mir den rollschuhe kaufen sollen aber das gibt es hier leider nicht ich habe heute einen knallhonnen schreckt was soll ich so schnell sprich mit mir ja tue ich ja das müsste es dann gerne mehr hören als herrn verkehrt gehen wir sind so immer alle halb taub also ok was haben wir denn schönes für dich für einen schrank naja gut ja du hast ja eh schon einen schrank in deinem zimmer in dem nicht mal deine eigenen klamotten hängen aber ja dieser einen schrank ach hier haben wir doch da jackmann püppchen plus vier bang 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 äh würde ich jetzt nicht in den mund nehmen sind es dann nur von jasmine aber ich weiß ja nicht wo die jackmann puppe hey logan jo aber wenn du mich so lange auf der flucht war schlafe ich manchmal draußen sehr schöne idee vielleicht auch kostet eigentlich deine beine latschen sondern ist ja mal batman sagen so da können wir schon wieder was ausliefern sehr gut wenn wir mal einen neuen auftrag annehmen können so warte mal ah hier sehe ich gerade auf der karte hallo ich würde dir ein stück kuchen geben aber hast du wieder seiner gefressen ja das war ja klar hier ist seiner sie soll faser an da könnt ihr wieder fesselspiele machen du und alte cooper ach ja warum nicht man muss ja manchmal ein bisschen feuer wieder reinbringen in der ofen aus ist oh hier ist ja ganz viel blümchens familie das ja die zwei cousinen und der onkel immer besoffener auf den feiern ist und den eigentlich keine einladen will okay kennt man ja aber irgendwie lädt dann immer einer ein oder kommt von selber man weiß es nicht okay gehen wir mal weiter hochpunkt wo wohnt ihr überhaupt schöne grüße von dein dad nein nemo kriegst du dich schminkst dir ab wir haben dich im auge mein freund so kann man hier den schenken eigentlich das ist auch mal ein bisschen ein bisschen kreuzotter da siehst du aber kann man schön wie so ein jojo benutzen ist noch nicht schlecht wenn man jojos noch benutzt heute keine ahnung bin ich so was kinderschaft spielzeug angeht so richtig firmen hat man vielleicht schon gemerkt so hier sind einer der ist auch nicht so ganz firm aber gut er ist auch ein verrückter wissenschaftler geht das schon in ordnung irgendwann findet er dann eine weltuntergangsmaschine und jagt alles in die luft aber das ist für seine jobbeschreibung vollkommen okay wenn wir das machen würden dann können wir wieder ärgern ist der wiese man ja für den brauche ich jetzt nix haben wir genug shorts schon gekauft jetzt der dritte schrank was soll ich damit machen so kann jemand mobsen ne mir an schade so hier haben wir noch am platz ein paar aufträge die abliefern können es sind da und mal da kommt uns schon rock hingegen sehr schön natürlich hier sind einer zink und so bankhandwerker ja ich bin doch geraten haben dass du dich zu unzufrieden bist hey miguel heute spaß gelohne ja wie geht's denn dir jawohl verbündete ganz ganz bestimmt nicht da kann sich schon mal abschminken hier so wird das tier comedian werden sondern so auf begrebnissen und sowas hey trudi apropos hier sind deine verbund ja 1500 also für die aufträge kriegt man richtig viel mit dem feste erinnerungen das lohnt sich immer diese sache anzunehmen das ist richtig viel kohle und erfahrungspunkte so viele dank bis zum nächsten mal hey great tai chi meditieren eingeschlafen ein krampf hallo weißt du noch was das erste mal trafen ja stehe auf sternzeichen sowieso nicht ich bin ja abnehmender stehen im fünften haus sitzen und so auf dem liegestuhl chen ist jetzt bei avion gestürzt so guck mal ich hab das schon wieder verpasst dass die anzeige das sehe ich jedes mal nicht ich weiß nicht sehr merkwürdig macht die da und schreibt auf das ist natürlich sehr unauffälliger spion hier öffentlich einfach notizen zu machen ich dachte mir jetzt drauf rechts doch kochrezepte kann ja auch sein dass sie so schreibt keine ahnung so guck mal hier wunderschön auch durch die recht wohl aus die zielgasse von sonnenuntergang jetzt im wasser spiegelt wunderbar hier in zentrock aber was nicht mehr romantik und schönheit das ist ja hier wie pizza von jackmanns geworfen bringt überhaupt nichts ich musste dass du es bist so wie ich aussehe dadurch weißt du müde von der arbeit als ich nach hause kam schrieb dich sofort ein als mein kopf das kissen berührt ich habe doch vergessen meinen schuhe auszuziehen fred pass auf dass du dich nicht überarbeitet ist ok damit ich dir dann die schuhe ausziehen kann oder was ich verstanden ok alles gut oder auch mit den schuhen es ist ein lieb und was du jetzt hier ob am ort ist und ich habe in seinem markt gezogen hat nicht bei den buchs gemacht schon wieder ich glaube langsam wirklich dass ihr den löffel abgegeben hat steht jetzt mumifizieren auf dem friedhof ja finde ich noch mal nachgucken sehr schön wir haben da werden extrakt sehr gut hier können wir auch weitermachen sehr schön das gibt die kohle ich klicke sehr gut sehr gut sehr gut das ist alles noch machen du bist endlich angekommen wie lange hast du gebraucht für die fünf meter das gibt es gar nicht der arme kerl ist immer ein bett ins bett finden sie dann bist du schon wieder komm einfach mal mit so ich zeig dir mal wie man das jetzt macht so richtig verhandlungen mit einem auftraggeber so richtig harte verhandlungen so am besten ist auch immer gut wenn man ein schönes scharfes werkzeug dabei hat man solche sachen motorisiert am besten so gucken wir mal so komm Sandy jetzt zeigen wir dem chef mal hier wo die ketten sehr gehängt so chefchen hallöchen so jetzt rückt man die kohle raus danke Fred du die blablabla okay danke du hast uns direkt alles gegeben was wir wollten siehst du so macht man das immer hart bleiben 2 6 mir ändert mich an macht wirklich nichts mehr ich habe schon 18.000 ach du Schande was ist das jetzt hier ach Gott da finde ich doch irgendwie was da 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 oh Gott hat sie da ist doch nichts okay oder doch da ist so ein Ding da vorne hallo zack so mehr dort mehr also mehr finde ich doch nicht das ist da unten oder ja da war ein fleck so siehst du aber dann war es das auch schon wieder ähm das ist absolut gleich alles oder der fleck da ha ich habe es gewusst siehst du ich habe es ja ich bin aber jetzt eine lupe habe ich gekriegt warum das denn ist das eine andeutung wenn ich so blind bin oder was hallo ich bin zwar manchmal im inventar war es nicht immer sonst weil ich halt da ist auch immer viel zu sehen also das kann einen schon überfordern so Sandy jetzt hast du mal gesehen wie man das macht als geschäftsmann müssen sich ja auch so ein bisschen anleeren anlernen so dann komm hier ab und zu noch ein bisschen verwirrung stiften clock so und dann schnell abhauen so dann hat der gute Burgess auch was zu tun da hinten der da kommt der kann sich ein bisschen ärgern hat auch was zu tun so hat dann jeder seine Daseinsberechtigung hier und Beschäftigung so können wir nochmal wieder ein bisschen was einsammeln hier was machen wir damit jetzt hm können wir vielleicht bei Wendy aufstellen oder so zack ok Verbundwassersterbe so ähm hm ok Nashorn äh ja ist aber nicht so geil alles wo ist denn der Auftrag von Unshu jetzt der ist weg na gut das können wir noch machen aber schade ok dann können wir das noch machen hm sonst habe ich nichts mehr offen ok ja der Auftrag von Unschuß flöten schade da bin ich lange gehalten welches denn hätte ich mach mit mir da den hätte ich aber äh jetzt hängt er am Schild fest hier uff ja der fährt sich öfter mal fest hier aber es ist vielleicht auch zu zeigen für ihn hier ich weiß es nicht so du musst jetzt du kannst ins Bett du hast jetzt genug gelernt für heute was spiel mit mir jetzt ist Schluss du musst jetzt ins Bett 1 und 4 30 ist hier Ausgangssperre Kinder brauchen ihren Schlaf soll ich so aussehen wie dein Vater wo natürlich gut aussehende Handwerker sind aber das sind andere Maßstäbe hier so wollt ihr eigentlich hier nochmal diese Pillen machen wir machen uns jetzt hier Pillen hmm Lavendel Fangspezial könnten wir machen 10 mal Fangspezial X könnten wir insgesamt 7 mal machen dafür brauchen wir die anderen Pillen 15 15 also maximal könnten wir 15 mal das machen wenn wir diese anderen Pillen nochmal machen hmmm was wird das hier nochmal ist was gibt das eigentlich Taubheit gegen Taubheit resistent darf weiß ich nicht wann das jetzt braucht hmm Lavendel könnte man noch machen haben wir einiges starten über die 10 hmm 20% Verteidigung 20% der gesamten Verteidigungswerte drauf ja ist eigentlich auch nicht so schlecht aber 30% Lebenspunkte ja dafür kritisieren allerdings mehr dann machen wir das mal damit wir noch eine Grundlage haben so dann haben wir noch die starke Medizin und dann haben wir ja schon mal was damit wir nächstes mal nicht so schnell einfach mal drauf gehen wunderbar so dann gucken wir nochmal ob hier also Batman ach holst du den Schwierendwurf naja eigentlich ins Bett ich weiß nicht komm mal mit komm mal mit wer läuft da rum Sancho den hört man nochmal rumtrappeln so Batman jetzt geht er doch schnell also so dann kannst du jetzt wieder gehen und dann watschelt er zum schlafen so geht das wunderbar ja wir müssen hier noch was ist mit dem Wetter kann man direkt wieder vergessen wunderbar toll so gibt es hier alles ähm oh wir haben keine Kartoffeln mehr okay ich kann nur 8 dazu schießen haben wir noch wie haben wir noch Pilze ne ah Futtertruck ist voll okay kann man nichts machen gut wir haben wieder ein Kartoffelproblem anscheinend warum sind hier so viele Sandbeeren drin äh gut jetzt mal gucken geht es hier aus äh du stehst so wenig mein Freund aber hallo ja irgendwie weiß ich nicht manchmal ist es auch einfach nur nutzlos der ist am Schnarchen hier sehr schön so apropos Schnarchen und gucken wir mal was ist mit den Kartoffeln wir haben hier mal welche angebaut so da so was ist das Weizen da haben wir den äh das sind die Kaffeebogen glaube ich ja die komischen Dinger da haben wir Kartoffeln äh kommst du äh ich fühl mich so müde ich geh jetzt schlafen und ich so hä äh kommst du hier denn jetzt her äh äh wenn du müde bist dann äh da war die Tür das war richtig schon ok Stufe 81 was macht ihr denn jetzt da äh äh jetzt ist sie weg ok das äh ich weiß nicht wo die Tür ist das war merkwürdig ok wo rennt ihr denn hier einfach durch naja äh gut das ist Sandrock gucken wir mal äh wo sind wir ne hier Landwirtschaft so hier können wir ernten jetzt reif sehr schön fropp da kriegen wir raus 5k Tomatensamen nochmal ok wie an ok ganz bestimmt so wo haben wir die denn mhm hier machen wir nochmal neu schrubb flumps wunderbar äh ok hier können wir nichts machen Wasser brauchen wir nicht Dünger haben wir nicht die können wir ernten die werden auch gerne mal gekauft Nashorn Kaktus und können direkt was neues pflanzen äh Nashorn Horn dann pflanzen wir dann nochmal neu ein Samen haben wir raus Kartomaten Samen können wir nochmal setzen haben wir die denn mehr großen können wir auch nochmal pflanzen die werden ab und zu machen werden von Toli gekauft so und ein bisschen Kartomaten müssen wir eigentlich noch haben hier äh da flop wo war es das so naja dann haben wir hier auch Tomaten nochmal gesetzt in diese Kartoffeln die können wir ja gut Rebo was tut es hier her hä was ist denn jetzt schon wieder los äh 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 kann man sicher nicht mit ansehen die arme Frau total verwirrt hier komm mal mit komm Elsielein wir zeig dir mal eine vernünftige also ich bringe mich mal ins Bett also nicht so wie dann der Hochzeitsnacht aber so ein bisschen ähnlich wo läuft wo läuft was macht das du jetzt rum markiert und mein gott was ist hier los sie folgt mir schön brav folgen so so dann fürchte ich mal zum bette hier rein so schön hallo sie jetzt Elsie da ist er ok Leer kommen Weg finden uns das ist so dann so jetzt da bist du ich zeig dir nochmal was wir im Schlafzimmer eigentlich normal machen so wunderbar so das sollte eine Inspiration sein und dann kannst du jetzt wieder rausgehen und dann kommen wir zurück ins Platz so hallo warum rennt ihr denn jetzt weg warum rennt die Frau nochmal weg äh ich weiß nicht ähm sie jetzt wieder zieht es wieder im Gewächshaus oder was es ist fast 2 Uhr also irgendwie wie lange das Programm hier läuft ich glaube ich verrückt damit das ganze ähm es wird spät ja wir haben auch schon nicht 2 Uhr keine Ahnung dann gehen wir jetzt brennen so du 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 so was ah Jane bewundert was äh ganz bestimmt zu früh morgens so als sie leiden hat es doch noch ins Bett geschafft halleluja was ist hier los ja ganz genau äh naja komm vielleicht müssen wir wieder gemeinsam was unternehmen Familienabend das Kind äh schnicky schnicky micky was ist das denn jetzt ja ok welches Kind kommt denn jetzt mit eigentlich da müssen wir mal wieder so ein Familienabend machen um ah Sandy kommt direkt hier direkt anmarschiert ok da sind wir zu dritt wo es dann gibt es wenn die nicht als Kind oder was was ist die dann Möbel ok ok wir sind noch zu klein na gut machen wir mal Familienausflug da steckt noch mal zusammenhörig das Gefühl vielleicht wird dann auch er sie wieder ein dass wir zusammen gehören wo kann ich die haben diesen Schrank schon dann ist der hier äh ok jetzt können sie werden hinterher dann stellen wir ihn vielleicht oben auf irgendwo platzt ne ja hier vielleicht der würde eigentlich optisch ganz gut hier rein passen aber wohin stellen wir den müsste man dann hier hinstellen vielleicht willst man den Tisch wegnehmen naja wo stellen wir den dann hin ne hm hm tja könnte man passt nirgends hin Mist stellen wir ihn mal ab so zack noch was ist ja auch Wendy da kann man nur zwei sachen drauf stellen diese riesen diese komode hier naja ok dann sind wir wohl jetzt alle zusammen hier alle Kinder kommen hier mit niedlichen setzen vielleicht nehmen die man weg und stellen dann die kommunen ja man kann ja nichts auf den teppich stellen weil dieses programm kann das nicht in anderen geht das schade aber gut so mache ich jetzt damit geht es hierhin aus dem weg ich stehe da den weg um ich komme jetzt sind dran jetzt steht alle weg was ich sind jetzt hilfe weg ich komme hier nicht dran ist immer einer weg ist hängen hier fest der wahnsinnig okay da kommt so kann man das noch mal hier den teppich immer was doch da vielleicht so die bank vielleicht geht das vor ja immerhin so dass die maus zu füßen ich muss hier raus das ist gewisse wahnsinnig viel zu eng so wie leute so hier ein neuer tag in sandrock macht ihr da unten jetzt wo seid ihr nun rausgekommen hier war eine tür na gut kommen wir mal ein schönes familienfoto du hast jetzt gerade ein knie im kopf von einer tochter das ist eigentlich nicht so schön muss man sagen wenn sie das handy kommt immer so ein bisschen betroppelt abseits kommt sich wahrscheinlich schon als das mittlere kind vor oder das erste ist ja vielleicht mal mal eine andere pose genau dann ist nicht so direkt das knie im schädel von unserer tochter lächeln eine sekund geladen ja super so wunderbar hallo ersehen ist die falsche richtung der ist keine tür ja dann folgt man schön ja schön brav für seine hinterher hoppeln hier so raus geht's na die rennen jetzt darum nicht einfach beam das ist schummeln das ist hier hier jetzt los ok wie noch was gutes oh ja ok getriebewellen seasonalfasern gut dass ich gerade welche gemacht habe für die aufträge kriegt man echt gut experience und goals das ist echt nicht schlecht und ich habe sogar zeug stahl amira strebt nach stahl sie will stahl streben ok ja gut dann machen wir die machen wir die mal wo machen immer hier da sind ja ja können wir eigentlich zur brücke so was fehlt hier stahlplatten hamburg eisenplatten fehlt mieten haben wir dann machen wir nur eisenplatten ok das ist ja jetzt nicht so tragisch die können wir schnell machen 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 wir mal ein bisschen wir haben noch ein bisschen stahl das geht aber das geht okay ich sehe jetzt gar nicht so schlimm gut ja dann machen wir jetzt mal einen kleinen familienausflug mit kind und kegel so will man es mal rüsten wunderbar alles ist dabei funktioniert den schrank werden es nicht aufstellen dann haben wir noch ein breitier und begleiter suchen wir können mitkommen naja das handschuh steckt immer alles an vielleicht immer mal mit der muss auch mal wieder für die tür ja er bringt stimmung in die bude und dann nehmen wir mal mit der sieht immer ganz süß aus mit seiner kappe so ein bisschen geleitschutz hier seine kleine und wie ist jetzt so die street street also du wolltest eigentlich heute die zeitschrift von einem literaturclub lesen aber gut ist halt so manchmal hier in sandrock muss man für alles offen sein und dann machen wir mal familienausflug mit huhn hier ja so und dann gucken wir mal wie es hier weiter geht alle lächeln sehr schön clock das macht doch spaß ja zumindest wenn die ist gut gelaunt oder es ist schon zeichnen und wahnsinn ich weiß es nicht na gut sehen uns beim nächsten mal wieder hier in zentrock danke fürs zuschauen bye bye